Richtig ausgesprochen und die Pferde sind gestartet. Start zum Preis 65 Jahre Christian Lampert und Domenic Immobilien AG Chur. Sir Vulcano sichert sich erstmal die Spitze. Dahinter der Schimmel Ulster, dann folgt Ispahan, der Fuchs, der gerne schneller gehen würde. Und am Schluss Singleton mit Tim Bürgin. Erste von zwei Tribünenpassagen mit gespitzten Ohren führt Sir Vulcano. Also das Feld in den Mainfelderbogen. Ulster ist zweiter, dahinter Ispahan und Singleton am Schluss des kleinen, aber sehr feinen Feldes. Vorne Sir Vulcano, der macht hier doch gutes Tempo für 2650 Meter auf diesem Boden. Clement Leroux und Sir Vulcano in Front. Dahinter Sally Langhardt, die zum ersten Mal im Rennen Ulster reitet. Dann Ispahan, zum ersten Mal im Rennen mit Naomi Heller. Und Singleton, Tim Bürgin kennt Singleton bereits vom letzten Sonntag. In der Gegenseite mit Sir Vulcano, der es hier krachen lässt an der Spitze. Ulster ist zweiter, Ispahan dritter. Und Singleton wartet noch an vierter Position. Es geht in den Jeninzerbogen mit Sir Vulcano und Clement Leroux. Dahinter Sally Langhardt im Sattel von Ulster. Dann nimmt Naomi Heller Ispahan etwas nach aussen, um nicht ganz innen galoppieren zu müssen. Und Singleton wartet mit Tim Bürgin an vierter Position. Das Feld kommt auf die zweite von drei Tribünenpassagen. Mit Sir Vulcano, dann Ispahan aussen. Der den Kopf hin und her bewegt. Zeigt, dass er gerne schneller gehen würde. Das darf er jetzt dann auch. Dann folgt Ulster und auch Tim Bürgin hat im Sattel von Singleton doch noch einiges in der Hand. Ist aber im Moment vierter und damit letzter. Zum letzten Mal durch den Mainfelderbogen. Mit Sir Vulcano immer noch mit gespitzen Ohren Ispahan dahinter. Dann lauert Ulster und auch Singleton hat Anschluss. Es geht in die letzte Gegenseite mit Sir Vulcano. Jetzt aussen langsam, aber sicher spürt er den Druck von Ispahan. Dann ist Ulster zur Stelle. Und Tim Bürgin möchte am liebsten in einem Rush dann mit Singleton an allem vorbeiziehen. Ist aber im Moment vierter und damit letzter. Eine, zwei Längen hinter Ulster. Es geht gegen den letzten Bogen. Die Spannung steigt mit Sir Vulcano in Front. Dann ist Ispahan zur Stelle. Ulster lauert nur darauf, bis Sally Langhardt ihm sagt, jetzt geht es schneller. Und es geht innen, könnte die Lücke dann aufgehen. Und Singleton ist ebenfalls zur Stelle. Die vier Pferde innerhalb von keinen drei Längen. Sir Vulcano bekommt Druck von Ispahan, wehrt sich aber dagegen. Ulster hat jetzt etwas Mühe, ist aber noch nicht geschlagen. Und auch Singleton, der hat einen riesen Speed dann, wenn es sein muss. Vorne ist Sir Vulcano. In der Mitte der Bahn kommt Singleton und aussen Ispahan. Singleton greift Sir Vulcano an. Singleton oder Sir Vulcano. Sir Vulcano oder Singleton. Singleton aussen Teilen von Ispahan innen. Sir Vulcano, Singleton, Singleton oder Sir Vulcano. Singleton, Singleton, was für ein Top-Ritt von Tim Bürgin. 1000 Sasa, großartig, hervorragend. Singleton gewinnt mit Tim Bürgin. Auf einer Distanz, die für das Pferd eigentlich zu weit ist. Auf Boden, dass das Pferd eigentlich nicht gerne hat. Und trotzdem gewinnt Singleton. Top-Kompliment. Hier der vorläufige und unbestätigte Einlauf im fünften Rennen. Preis 65 Jahre Christian Lampert und Domenic Immobilien AG Chur. Es siegt nach einem Klasse-Ritt von Tim Bürgin. Die Nummer zwei, Singleton. Auf dem zweiten Platz, die Nummer drei, Sir Vulcano. Der Animator mit Clement Lerue. Dritte, die eins, Ispahan, Naomi Heller. Und vierte, die vier, Ulster mit Sally Lang.